Ciao ragazzi, come va? In diesem Video sprechen wir über die bestimmten Mengenangaben. Le quantita. Nach bestimmten Mengenbezeichnungen steht vor dem folgenden Nomen die Präposition die. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Englischen a glass of wine, a piece of cake. Dieses of wäre im Prinzip das die im Italienischen. Sehen wir uns einige bestimmte Mengenangaben an. Un Kilo di Arance, ein Kilo Orangen. Mezzo Kilo di Mele, ein halbes Kilo Äpfel. Mezzo steht immer ohne Artikel. Un Etto di Salame, 100 Gramm Salami. Das heißt, un Etto entspricht 100 Grammi. Due Etti di Prosciutto, 200 Gramm Schinden. Due Etti entspricht 200 Grammi. Un bicchiere di Vino, ein Glas Wein. Una bottiglia d'acqua, eine Flasche Vassa. Un po' di Basilico, ein bisschen Basilikum. Un milione di Euro, ein milion Euro. Una tazza di Kaffee, eine Tasse Kaffee. Un pacchetto di Sale, eine Packung Salz. Un litro di Latte, ein Liter Milch. Un pezzo di Torta, ein Stück Torte. Una fetta di Formaggio, eine Scheibe Käse. Una scatula di Chocolatini, eine Schachtel Pralinen. Das heißt, immer dann, wenn ihr eine bestimmte Mengenangabe, so als wie eine Tasse, ein Kilo, eine Schachtel, eine Scheibe, ein Stück, ein Liter etc. habt, dann braucht ihr immer die Mengenangabe plus die. Noch einmal nota bene. Bei unbestimmten Mengenangaben steht der Teilungsartikel. Den Teilungsartikel habe ich im letzten Video besprochen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. So etwas wie del Latte, dei Pomodori, dell'Oglio. Das heißt, wenn man eine Menge nicht zählen kann. Bei bestimmten Mengenangaben, so als wie un Kilo, un Etto etc., steht die Präposition di und wird nicht verschmolzen. Zum Beispiel un litro di Latte, un Kilo di Pomodori, una bottiglia d'Oglio. Also unbestimmte Mengen, Teilungsartikel, bestimmte Mengen, di. Adesso tocca a voi. Jetzt seid ihr dran. Hierbei solltet ihr die folgenden Wortpaare übersetzen. Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Arrivederci.